Hallo und herzlich willkommen ganz spontan zu einer Aufnahme und zwar zu einem neuen Patch und wir sehen hier Bild 16 04 51 scheint für alles neu zu sein ähm warte mal wenn ich hier so draufgehe ok irgendwie schon gesehen irgendwie haben wir so ein bisschen an der Flash zu an sich gearbeitet wir sind der Patch Nr. 45 äh und Singleplayer ich nehme oh 60 Tage was ok das ist auch neu dass es so ist ja extra jetzt frisch aufgenommen und jetzt wird es auch bei ich vorher hochgeladen und ja ich habe jetzt mit 0 Uhr gerechnet sogar Bluteffekte gibt es so ja und da sind wir herzlich so jetzt gehe ich erstmal das Inventar hier durch äh also gehen wir eben schnell hier durch alles lalalala äh ist irgendwas Neues ok das ah ok das haben wir alles gut warte mal ähm max frame 60 no limit so full screen ist an bla 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 so muss ich mal schauen ich gehe jetzt erstmal nach draußen ach da muss ich auch gar nicht hin so weil jetzt gerade kam das Patch raus auf 14 Minuten und ich dachte ich gehe jetzt mal online also jetzt mal aufnehmen haben wir hier irgendwas mhm nein also ähm welche Stairs ach die Treppen ah ok Stairs und Treppen wir schauen uns erstmal die Treppen an die wurden ja angeblich neu gemacht ich gehe jetzt mal hoch und sehen wir noch die jetzt mal Stairs ist doch Treppen hä was soll dann jetzt kann das sein kann das sein jetzt mal hingucken also vielleicht die Grabe hier gehen wir schon verbessert kann das sein passen Stairs ok muss ich mal auf dem Handy gucken ähm close inventory close inventory das ist doch er hier so ok das gibt es auch schneller glaube ich angeblich mhm ok original hm halt sieht eine der dann so aussehen ich kenne es nicht so verschwärts in den hatten wir ich muss mir das mal mit es wird durchlesen hier ich dachte ich müsste jetzt die ganze Nacht war aber nein LBX Porto 423 Solutions Neu High-Level-Paint Mutant added was New High-Level-Paint ach du scheiße das heißt oh Gott die ach so ah Steam das haben wir ja vorhin gesehen interessant Audio perfekt ja ich weiß nicht was ich dazu sagen soll auf jeden Fall ähm ich weiß noch mal zurück zum menu was halt hier drin steht ist ja die die Steam-ID also hier das hier ID das ist jetzt wow voll da voll das Highlight ich weiß nicht dass ob das jetzt so gang und gäbe war aber mein Gott Ocean Quality ich muss selber gucken aber ja der nächste Patch kommt dann in 10 Tagen ja wunderbar dann hab ich das ja auch alle abgerissen oder gemacht aber hä Stairs ach so cpu bla ja ich würde mal sagen das war irgendwie mal das Update also halt ich würde es ja gerne länger machen aber ich glaube ich mache es nochmal wenn ich mehr Zeit habe so in 14 Tagen vielleicht schaffe ich es ja noch das Video rein zu schauen sorry wenn es wenn es jetzt gerade nicht so ausführlich ist das Video aber ich bedanke mich immer noch fürs Zuschauen und äh bevor ihr das wenn ihr bis hierhin geschaut habt würde ich mich mal interessieren interessieren ähm soll ich lieber Update-Videos machen also bei Forest Update Blabla oder soll ich weiter Forest Staffel in Folge machen wenn ja dann könnt ihr mir das mit einem Daumen nach oben sagen ne das wäre sehr schön so hier haben wir es doch auf jeden Fall ja blablabla sie kommt besser an oder halt wenn ich dann einen Daumen runter euch überlassen und ich sag jetzt mal Ciao mit ähm V und 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 und